Ein neuer Ford C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen 5-türigen Bindplatz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bels Bels Bis zum nächsten Mal.